Oh, hi. Wer ist es denn? Es sind Sternensinger. Gib ihnen was und sag, sie sollen abhauen. Mit ein bisschen Glück werde ich nächstes Jahr mit einem von diesen Mädchen ausgehen. Aber bis dahin lass mich dir sagen, ohne Hoffnung oder Hintergedanken. Nur weil Weihnachten ist. Und zu Weihnachten sagt man die Wahrheit. Für mich bist du vollkommen. Und mein geschundenes Herz wird dich lieben. Bis du so aussiehst. Dir auch fröhliche Weihnachten. Dir auch fröhliche Weihnachten. Junge am Säklauernhof Kriterium gjorde das als Gleicheded gleich. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020